Meine sehr verehrten Damen und Herren, Team JimmyJuddle ist wieder am Start, wir spielen Special Sunday Paragon und Jimmy ist in der ehrenvollen Aufgabe des Junglers in Form eines Chimeras unterwegs, ich spiele mit Lang and Gavidget und wir versuchen jetzt mal unseren Gegnern den kräftigen Arsch aufzureißen. Mal sehen, was unser, ich sag mal, sehr spezielles Team so reißt. Für die, die es noch nicht wissen, es gibt keinen Char, der heißt Terra. Nein, Doppel-R. Terra. Terra, Terra. Ein dicker Tank. Yeah, ich habe einen Skeleten-Gedion gegen mich. Tank-Kin. Tank-Kin. Ja, Männlein, Weiblein, alles die gleiche Form. Naja, da ist die Frage, Tank ist ja eigentlich eine Rolle. Ist die Rolle denn jetzt auch weiblich, hat die Rolle ein Geschlecht? Ich würde sagen, der Panzer, was es ja ursprünglich bedeutet, ist jetzt erstmal neutral. Na gut, aber es gibt ja auch keinen weiblichen Panzer. Naja, ich wüsste jetzt einen. Sie heißt Katharina und... Nein, Quatsch. Was hat der Gedion denn da für eine Aura drin? Wildnissbär. Nach hier, dass er Kalawir sieht. Viel Spaß. Er kann seine Tausende auch besser ausgehen. Vorher mit einem Kalawir im Gegner. Also, Ironie. Na von dem, als Gedion, was macht der nachher? Was macht der hier? Hä, er würde mich aussehen, aber auf Tausend Einheiten, da kann ich auch ranspringen. Aber ich... Stell nicht drin. Ja, ich gehe davon aus. Aber hat der den ersten dann direkt ja auf Fury gewählt, was? Nein, das sind seine ersten Tausend. Ach, das ist eine... Das ist eine Zahlkarte, ja. Oh, okay. Steht leider nicht, was meine Reichweite ist. Ich weiß gar nicht, ob er mich sehen würde jetzt mit den Tausenden. Na, ich sehe deine Reichweite und da, wo ich jetzt stehe, ist es vorbei für ihn. Ja, aber ich weiß meine Reichweite nicht. Tausend? Ja, okay. Aber ich meine, tausend müsstest du eigentlich haben, weil du kannst ja Greystone hinterher lieben und der hat tausendfünfhundert. Das wäre irgendwie spannender, wenn man die gegnerischen Last Hits klauen könnte. Äh, kannst du doch. Echt? Ja, ich glaube, ja. Gibt's eine Karte, glaube ich, für. Das macht die Sache schon interessant. Das so ein Minion, das so ein Minion tötest. Also du kannst deine eigenen Minions töten und du kannst, äh... Ach, du willst dich das jetzt gar nicht. Ich meine, du kannst auch die gegnerischen Minions töten. Okay. Aber ey. Ich laufe jetzt mal Sneaky um den herum und versuche, dem mal den zweiten Buff zu klauen. Wobei... Hörst du aber hinlaufen können. Ne, das ist doch Quatsch. Der holt sich jetzt den Buff und dann... Ich hab ein bisschen Zeit zum Pleasuren. Ja, guck mal, und du laufst, du kannst mit dem Kamera auf sich nehmen, wenn du bist. Ist das dein Ernst? Äh, Achtung, mit der einen fehlt, wa? Oh, der ist aber nicht im Jungle. Ne, der hat sich wahrscheinlich backgeportet. Ja, bei mir sehenfalls nicht, wa? Naja, er kann nur nach links sein, weil rechts im Jungle hätte ich das gesehen. Naja, er ist nach links gegangen, deswegen würd ich mal sagen. Äh, nach links her. Er ist nach rechts gegangen, deswegen. Entweder backgeportet oder in China oder ist mir auch eigentlich scheißegal. Ah, er ist links. Ja, Deutsch ist nicht meine Sprache, lassen wir das. I'm still talking about this, ist hier. Da hinter mir steht ne Terra. Na, passt so. Oh, die ist aber ganz schön stark, du. Oh, schlecht ist sie nicht, das ist aber auch nicht die beste Schade, der jemals entwickelt wurde. Ne, ich find die Ulti ein bisschen schwach, ehrlich gesagt. Nicht nur die Ulti. Du bist zwar gegen CrowdControl, die Moon, aber nicht gegen, äh, aber Chris... Na, Riesen-300er-Schild, wa? Ja, ein 300er-Schild, das ist... Was hast du im Endgame? Was hast du im Endgame? Naja, das ist zwar... Ja, aber selbst wenn du einst, du hättest 300 AP mehr aus, ist doch vollkommen Wumpe. Ja, das kann dir ein Arsch netten, schon klar. Aber wenn du eine Ulti, wenn du dann so ein Fangmao nimmst, die dann 800 mit der Ulti macht, ist das schon... Naja, gut, aber sie überlebt die Ulti halt noch. Ja, aber du hast halt keine... Und sie kann nicht zählt werden, also... Ja, sie ist halt ein Tank, sie hält aus, aber macht dann keinen Schaden. Ist der Raptor gerade gespawnt? Naja. Was macht denn hier so ein Geräusch? Reißes Zahn. Onkel Raptor, Onkel Velo-C. Der war richtig schlecht. Dafür dürft ihr mir jetzt echt ein Credit geben. Ist das nicht ein Tyrannosaurus? Ich habe mir das Ding noch nie so würdig angeguckt. Ein Velociraptor ist ein... Achso, du... Nein! Ich meine, ich bin hier ein Game. Äh... Boah. Ich habe mir das Ding noch nie so würdig angeguckt. Keine Ahnung, was das ist. Also ich kann nur sagen, das sieht sehr nach G-Dians-Mami aus. Er ist ja nicht fast schon so, äh... Er springt bisher jetzt jeder meiner Minen davon, ne? Jetzt nicht mehr. Was? Oh, danke. Ich würde mal sagen, das hast du mir gut vorbereitet. Hätte nicht gedacht, dass es deine Minen so viel Schaden tun hat. Ich wollte hinterher gehen. Weil ich bin sonst umtauber. Ja, ich habe keine Mana mehr. Na. Ich tu mir nicht Schaden gerade. Ich kann nicht hinterher gegen dich und mich. Nee. Aber zu wenig Schaden aktuell. Komm, Quang, werf. Ach, schade. Ich habe mir auch gerade gedacht, in der Sekunde, wo du weg bist, schlägt das Ding dann auf oder so. Ich hätte es lustig gefunden, fairerweise. Er ist doch so geworfen, hätte. Aber es ist sehr romantisch, dass die ja auch alle pingen, ne? Hat er. Ja, das meine ich ja. Achso, das war jetzt mal so. Naja, ich glaube, von der Terra brauchen wir nichts erwarten. Was? Warum? Nicht mal runter. Nur weil die sich anstellt, wie Sissi und Franz. Äh, er wie. Das will nur beleidigen. Egal, was jetzt da so. Das soll nur beleidigend sein. Hallo, Quang. Schön, dich zu sehen, Quang. Schön, dass du jetzt wieder weg bist, Quang. Vor allem, wie er sich generös da hingesetzt hat und wollte, tornten. Und ich komme angesprungen und tschö. Hallo, Terra. Bisschen Ärger. Ich glaube, bei der nächsten Gideon-Mission, die er hier startet. Ich glaube, er könnte nach dir kommen. Ja, ich habe eh keine AP mehr, deswegen. Na ja, die ist in den Jungen, da ist nicht gegangen. Hast du ihn? Hast du ihn? Nein, ich habe ihn. Doch, habe ich. Alter. Der wird schon brutal, dank dem Buff. Oh, nein, den Buff habe ich nicht gehabt. Da hätte ich noch mal hinterher springen müssen. Tatsächlich. Ganz herzlich und werde mich mal kurz aus dem Staub machen. Na ja, eigentlich wollte ich nur die Lane halten und wollte sagen, geh back. Und dann habe ich gesehen, so, ey, der hat ja nichts mehr. Da habe ich gedacht, okay, dann gehe ich schon mal kurz. Der ist mir in die Faust gelaufen. Ich weiß auch nicht, wie das passiert. Ja, zu ernsthaft. Ich weiß auch nicht, was der noch auf der Lane macht. Gut, du hattest keine Mahne, du konntest ihm halt nicht wehtun, aber. Na ja. Dafür, dass keiner Wards mitnimmt, ist das halt schon ein bisschen. Mit der Terra ist blöd, ey. Die hält ziemlich aus. Aber, wenn ich an der Seite Sneaky reinkomme, ja. Ja, die hat eine gute MDF, habe ich das Gefühl. Die Buffs sind in den Siegel wieder da. Ja, dann hole ich mit anderen. Keine Ahnung, ob die MDF so hoch ist. Ich habe auf die Stats tatsächlich nicht geguckt. Die hat hohe Widerstandskraft overall, aber ob das jetzt... Ob die jetzt wirklich so viel aushält, keine Ahnung. Ich fand sie nicht so stark. Na gut, die Bots. Das ist ja auch immer noch was anderes. Bei den Bots musst du aber auch viel mit dem Buff arbeiten, weil sonst kommst du da gar nicht hinterher. No, wobei ich habe auch vier gestellt, weil die fünf, wenn mir nicht angezeigt wurde. Das neue, das sieht sowieso kacke aus. Ja, das neue, gerade für KI ist das echt... Schwächelt hier. Ja. Ich soll lieber mal einen vernünftigen Dings machen. Not bad. Wer denn? Ja, die beiden, die Double Kill geschafft haben, was? Nein. Ach du Bullen. Ach, da ist der ganz knapp rausgekommen mit 0 HP, Alter. Ein Streber. Pesskopf, Alter. Könnte ich mich wieder abfucken oder sowas. Ach, ist ja auch ganz knapp den Quang. Ich muss mir das abbrechen in der Fähigkeit unbedingt wieder auf Steuerung und ich drück die ganze Zeit... Ist das fucked hard, ne? Ich war die ganze Zeit in der Steuerung drin und du läufst ja, wenn du Fähigkeiten ausgewählt hast, die du noch übersteht, die musst du ein bisschen langsamer machen. Und deswegen bin ich dem Quang nicht mehr hinterhergekommen. Ja, scheiße. Das war... Ja. Aber ich glaube, er hat mitgekriegt, dass man mit uns nicht messen sollte auf rechts. Der Bukong hat ein paar Probleme gehabt. Und dann hat er keine mehr. Die alten... Na, alleine gegen den Quang, du... Oh, Hera! Alter, jetzt krieg ich aber hier auf dem Backen, wa? Du hast Gideon's... Ja, Gideon und Hera beide, ey. Das hab ich nicht aufgepasst. Ich hab leider auch kein Ward, dass, äh... Ne? Hätte man das anders machen können. Ah, die kann mit... Die kann mit dir nicht competen. Oh, ich stand die GDS-Uli drin und hab noch mehr SR-WP. Aber ich war dauernd Stun, ist das normal? Ja, ja, die Stacks jetzt bei jedem Schadenspunkt triggert die einen Stun von 0,5 Sekunden. Alter, ist das fies. Das ist wirklich fies. Und ich wollte... Na, ach, komm schon. Ich wär doch gern auf die Terra regeln. Äh, 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 wo geh ich denn jetzt halten hier, Leute? Keine Ahnung. Ich hab auch gedacht, du wärst das hinter mir gewesen. Bis ich dann irgendwann nach dem Kampf und in Ruhe mal mitgekriegt hab, dass du das warst. Äh, das ist, äh, Möller, oder? Oh, Alter! Ja, er hat halt Overdose, der hat halt weggehen sollen, als ich weggegangen. Ja, aber nur, nur ein bisschen. Also ich find's nett, dass die alle herkommen zum Attacken, aber die hätten das nicht machen müssen, ne? Ich war gar nicht so. Ja, ich wollt's gerade sagen, ich glaub, die hätten es nicht tun sollen. Gehst du mal spontan nach links, äh, nach rechts? No. Wie hat der denn eigentlich den Tower verloren? Keine Ahnung. Ich move nur grad den Quang ein bisschen aus. Komm, komm, Quang, mach deine Ulti hier rein. Du verlierst alles, aber mach deine Ulti hier rein. Hm, Quang stein da auf K zu sein, oder flown zu sein, er hat sich überrascht. Mhm, ich glaub auch. Gar nicht mal so geil. Ja, er so, gar nicht. Ja, der Solo-Lane, wenn die fliegt, ist scheiße. Also auf jeder Lane scheiße. Das stimmt, leider. Achtung. Ach, der geht denen gar nix für mich. Da ist gerecht. Alter. Noch so ne Minute der Feld, ey. Naja, jetzt übertreibt man nicht. Haben wir halt jetzt safe der P, alter. Ach so, ne Minute der Feld. Drei Minen braucht er, dann geht der hops. Ja, ey, gut, drei Minen sind aber auch ne Zeit von... Äh, acht Sekunden, ne, zwölf Sekunden. Naja, das ist ja auch schon mal was. Oh, nicht ein Buff mehr da. Und die Midland ist besetzt mit Arschkrampen. Ah, Wukong ist wieder da. Sollen wir uns an, äh... Na, mach du mal lieber mit den Stress. Mach ich. Der Dings ist noch in der Nahe, ne? Na, der ist auf der Lane. Tera, mach das nicht. Ich sag's dir nur jetzt schon. Weil du kriegst das nämlich alles zurück, was du machst. Und dann... Scheiße. Alter, hier sind drei. Ja, und ich krieg keine Hilfe. Ne, absolut nicht. Die kommen nämlich alle zu dir. Ja, gut. Ja, geh den zu euch hin. Ja. Ist nicht mal in der Nähe eines Worth Trade gewesen. Scheiße. Lauf, geh dir in Love. Achtung, fang. Das überlebt er nicht. Nein, das überlebt er nicht. Ändert nur nichts. Ja, Reistern trotzdem verloren. Ja. Reistern finde ich wirklich ein richtig beschissener Name. Kann zu laut sein. Nein, du kannst den Reistern nicht reinholen. Die haben 1000 Gold gekriegt und auch auf Macht. Der eine Attributpunkt mehr, Alter. Er wird dir einer geholfen, wenn der Tower tot gewesen wäre. Ja. Das habe ich dann auch gemerkt. Ja, warum gehst du nicht einfach mit auf den Tower, wenn er nur... Ey, jetzt brauchst du nicht hingehen hier am Halberfeld. Nö, ich werde das doch nicht hingehen. Warum machst du nicht einfach mit auf den Tower, wenn er nur Gideon vor und stand eine Zeit lang? Die Frage ist gut. Ich habe einfach nicht mehr darauf geachtet. Alle waren weg, dann war ich auch weg. Gut, ich war ja nicht weg offensichtlich. Alle bis auf dir waren weg und dann war ich auch weg. Alle waren weg, Jimmy stand am Tower. Alle waren weg. Ja, ich glaube nur, dass wir in dem Tiefeld ein bisschen zu früh geworden haben. Jetzt wo Reistern wieder da ist. Hm. Noch mal so einen wäre gar nicht verkehrt. No, zwei Mann rausholen. Aber wenn wir jetzt den Ultratrade hier machen, dann... Wenn wir den Ultratrade hier machen können. Können gerne kommen. Komm her, ey. Ich engage einfach schon mal, ja? Na, kam ja keiner. Nur der Gideon. Und der hat seine Packung daher abbekommen. Oh, nicht an die Gideon, komm, ist sowas von tot. Ich habe Ulti. Oh, scheiße. Hauptsache, großkotzig machen und in die Ulti von Grung reinlaufen. Fuck. Ja, jetzt wird schon viel eher bei Minions ziehen müssen. Ja. Jetzt haben wir... Weil du nicht reagierst, den Tauferl und ich sterbe. Und ich sterbe noch nicht mal. Aber... Und das mit der Ulti, das war jetzt nicht... Ja, das war misplaced, äh, misst, 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 einfach misst, weil lass misst, misst. Wenn sie ja nur für die Minions, dann hätten die ja nie engageten können sie. Alter Terracum, fikt. Alter. Da hat dir die Terracum aber den Arsch gerettet, mit dem Stunnen. Na, ich wundere mich eigentlich, dass ich der Stun nicht gekriegt hat. Weil er ist tatsächlich relativ hoch ist von der Range. Die sind tot, zwei Mann, die sind auch wieder da. Schaffst du ihn mit der HP? Ja. Naja, ihr habt ein HP-Wap. Ob der Terra das tanken kann einigermaßen? Ja, dann habt ihr es auf jeden Fall. Die Frage ist noch, ob der Mörder auch einigermaßen pressuren kann, damit wir ihn noch kriegen. Nein, der haut ab und geht zu euch helfen, aber ich mache jetzt Pressure. Ja, gut, das ist auch okay. Mörder, ich schaden das vielleicht gar nicht so verkehrt. Und wenn sie Lunte nicht riechen, dann ja. Mörder, das ist vollkommen egal, wer den Last-Hit kriegt. Wir kriegen alle tausend, du Idiot. Außerdem habe ich den Last-Hit noch nicht gemacht. Also, herzlichen Glückwunsch dafür. Stupid F**k-Tart, Alter. Das ist ein Witz, Alter. Was haben wir heute eigentlich für Leute um uns rum? Das ist wirklich ein Witz. Oh, jo, genau. Kommt doch alle. Alter, Traumatur ist schon auf 20. Was ist denn heute? Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich das eine tolle Neuerung finde, dass das jetzt angezeigt wird? Das ist gut, ne? Ja. Das ist wirklich gut. Hält der das? Ich weiß nicht, was der... Oh, ja, sag mal an. Ach, komm, Quang. Ich will kurz nicht gerade springen. Schade. Willst du den Gideon rausholen? Nee. Das ist Quang nur in der Nähe, will der den Rest nicht? Ja, nee. Genau der ist er, Ron. Genau der. Warum gehst du allein nehmen, wenn ich sage, nee? Ich habe Ulti, ich bin schneller als die. Ja, wenn der Gux sich stunt, bist du auch schneller tot als Gux. Dann kriegen die volle Ulti und ihr macht den Rest. Das ist alles durchgeplant. Alles durchgeplant, Juni. Ja, 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 naja, naja, naja. Ping mal die will, dass die rechts vorsichtig sein müssen. Unter Verteidigung ist. Vorsichtig ist immer unter Verteidigung. Ja, Verteidigung. Ich muss das echt suchen. Ich habe das irgendwie... Ja, aber wir müssen rechts auf jeden Fall helfen. Ja, komm. Wir können auch in der Mitte aber durchgehen, aber jetzt gehst du nach rechts. Jetzt hast du schon so viel Strecke gemacht. Ja, habe ich auch. Aber jetzt sind auch zwei Leute wieder dann. Naja, aber du stehst gegen einen und der Tower in der Mitte ist halbtot und du siehst, dass ich nach dir gehe. Gut, ich hätte es ansagen können, aber warum du da weggehst, muss ich sagen, er schließt sich bei mir dann nicht so ganz. Das war unser Tier 1 Tower, deswegen war ich ein bisschen vorsichtiger. Also mir ist immer so eine Tower, Muschi. Ja, das ist richtig, aber der geht doch nicht weg. Wir hätten, wenn die da zu rechts gegangen wären, locker den Tier 1 Tower machen können. Hätten machen können. Nicht, dass ihr da jetzt noch hingehen sollt, du und der Murdoch. Nö, ich habe nur den G-Ding gemacht. Just saying. Kannst du ihn anspringen, weil wir sind alle... Naja, ihr seid alle in der Mitte hinter euch. Du kommst gerade... Du hast gerade drei Mann gefaced. Warum sollen die nicht in der Erde gehen? Naja, aber du standest doch auch die. Warum sollen die dir nicht in der Erde, wenn die sehen, dass du weggehst? Ist doch Bullshit. Der Murdoch hat aber auch noch nicht viel Schaden, wa? Naja. Quang halt auch extrem... Äh, Wukong halt auch nicht den größten Schaden, finde ich. Aber diese ganze Belagerungsscheiß hier nervt ein bisschen. Entweder wir ziehen einen raus, oder... Naja, komm rein da. Wenn keiner will, mach ich das. Nein, mein Spiel steht. Nee, ne? What the fuck. Auch ich, war alles gut. Wir haben einen Kill gemacht. Ich hätte aber den... Ding Stalker töten können. Den Revenant. Wenn mein Spiel nicht gehalten hätte. Aber... Naja, wir haben einen Kill gemacht. Warum muss denn da mein Spiel stehen, Alter? Es ist doch witzig. Du kannst aber übrigens nicht mehr rauszappen seit dem Update, ne? Nee, weiß ich, dann bist du sofort weg. Hallo, komm. Hallo, Tera. Ich hab komm vor mir. Ihr seid ja zu dritt gegen Tera, komm, also der muss ja jetzt... Ja, weil leider fokust die mich und der andere geht nicht mit drauf, ne? Ja, mach ich das. Ja, das ist nett. Ist mir blöd, wenn der eine nicht mit drauf kommen will, wa? Ja, gut, aber... Na, vielleicht... Weil du weggelaufen bist oder so. Du weißt ja nicht, was ich hierher denke. Ja, okay, ist ein Argument. Komm, krank. Der geht hops, der geht hops. Na, schade. Mein Ult ist gerade in seinem Tod getriggert. Ja, er ist tot. Aber wir können einen Tower holen. Ich will jetzt den Tower hier sehen. Wir müssen den Tower holen. Jetzt geht keiner. Jeder, der weggeht, den fick ich in den Arsch. Ich kümmere mich um die Ficker. Ihr fickt den Tower. Welcher Tower? Gut. Denn welche Gegner? Sag ich doch. Davon hab ich denn jetzt noch geredet, hier. Das hätten wir beide das aber auch schon machen können, jetzt nur der Gideon-Vorenstand, Schatz, Zählen. Hätten, hätten. Also... Auch dann, dass du die Ultima hast, du dich davon nicht mitgerichtet, finde ich richtig toll. Geh halt auf den Tank, geh auf Terra, komm. Dann fick ich dich noch früher. Dann wird er noch gefickt. Ja, das hat aber selbst zu verantworten. Da war auch ein bisschen selber schuld, du. Na, naja, gut, der hat gehalten, ne? Da ist halt die Frage, was machst du? Halt zu oder gehst du weg? Er hat halt versucht zu halten, ne? Okay. Ja, liebe Leute. Ja, es war keine... Wir hatten links die Welle am Tier-1-Turm, vor dem Inhip, das waren alle tot. Ich hätte trotzdem nicht aufgegeben, ganz ehrlich. Auch wenn es scheiße ist. Naja, gut. Ja, man gibt auch eigentlich nicht auf, aber das wäre halt auch vorbei gewesen. Also, das... Ja. Ich habe tatsächlich nur drei Kills gemacht und neun Assists. Ich mache demnächst doch wieder Supporter, aber mit Gadget. Du hast einfach die neun, die ich vorbereitet habe, genommen. Du hast jetzt drei Kills gemacht und neun Assists mit deinem Supporter. Im Nicht-Aufnahmespiel hast du 0,8 irgendwas gestanden. 0,8,4, ja. I'm not sure, if das nicht besser ist. 13 Kills beteiligt. Hä? Wie kann ich an 13 Kills beteiligen? Nee, kann ja auch gar nicht sein, wenn ich allein schon neun habe. Das funktioniert ja nicht. Mathematisch funktioniert das nicht. Wenn ich dann schon drei habe, dann kommen wir auf zwölf. Wahrscheinlich ist Team Jimmy-Jule hat zwölf Kills. Die haben echt so eine neue Wertung für uns eingebracht. Ja, hast du den Leuten noch etwas zu sagen, bevor ich hier Tyra mache? Wir sind cool. Wir sind cool. Bis zum nächsten Mal.